So meine Damen und Herren, es geht weiter mit Digimon Survive. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber ich wollte mal eine kleine Runde aufnehmen. Nur eine kleine, nur eine kurze und dann bin ich auch beruhigt und lege mich wieder hin. So, machen wir mal weiter. Lobmon. Was sollen wir mit Shushi machen? Ich will ihn retten, Schnauf. Ich muss nützlich sein. Lobmon, was ist los? Du scheinst Schmerzen zu haben. Ich weiß nicht, es ist nur, ich will nützlich für ihn sein. Okay, alles klar, ruhe dich erstmal aus, okay? Komm wieder auf die Beine. Ich werde es zumindest versuchen. Dass Lobmon schwächer wird, ist nicht normal. Was ist hier los? Ja, wahrscheinlich weil... ...Chuji am Rad dreht und kurz vorm Exitus steht. Noch mehr läutert. Hm, wo zur Hölle ist Shushi hin? Meinst du, er ist hier entlang gegangen? Hm. Oh, ich höre Shushi Stimme. Moment, wirklich? Ja, glaube ich. Irgendwo hinter uns. Hinter uns? Wo ist das? Zumindest ist er nicht hier. Hey, Takuma, ich habe Shushi gesehen. Moment, wirklich? Ja, da drüben, Beeilung. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Wir müssen ihn finden und zwar schnell. Alles klar. Und wie gesagt, Entschuldigung, meine Stimme jetzt nicht... ...so voll mit Druck ist. Meine Lunge ist so wie kein Megaschlechtluft. Aber ich wollte unbedingt eine Folge aufnehmen. Äh, ja. Entschuldigung dafür, dass ihr das ertragen müsst. Äh, ja. A-ra. Keihauih sooo ni. ...zibynn напخرmes Having a financial欲ung. Und ich hätte es On-M-O-A-Ne-Side nichtfach auf воды genug arcade tun. ...so, ja. Keine Citizen! Keine Indian reden rutsch. Ich glaube, keine Hand canyon. Keine Letsten haben nach Hause von mir. Ich konnte nicht so. Где- lower. Ich ha- nach Hause. proposition ist schade. ... Das war's für heute. Ja. Oh, das ist wirklich? Tadda. Sie können die Kosten für die Kosten. Das ist gut. Hör! 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 Das er diese Frage stellt, finde ich schon grenzwertig. Hör! Sie sind nur ein... Sie sind wirklich... Sie sind wirklich... Sie sind wirklich, Arkenimon? Sie sind... Sie sind Arkenimon? Aber... woher... Sie sind noch jemand? Sie sind wirklich... Sie sind wirklich sehr, Sie sind... Arkenimon... Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was ich mit ihm spricht? Ich weiß nicht, dass ich noch ein Geheimnis habe. Schau mal, Shuuji! Ein, ein, ein... Wer kann ich... Wer kann ich... Wer kann ich... Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Woher geht's? Ja... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Lobenswert... Und ich bin gerade froh, dass das alles synchronisiert ist... Weil meine Stimme ist einfach... Im Eimer... Jetzt... Entschuldigen Sie. Das war's für mich. Ich werde mich. Ich werde mich. Aber... Aber... Das ist wirklich dein Grund. Du hast keine Freude. Du hast keine Freude. Du hast keine Freude. Du hast nur Angst. 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 Und alleine должны das environstreben. Du hast ja dann. Okay hab ich noch nie gehört. Es beecklt! Du hast nur Angst, das erscheint hat. W sisters! W fox Launch. Du hast auch daszuäten, Es ist ein Blut von Alkenimon! Sieh-Johann hat sich schon an Alkenimon gesehen. Ich habe mich nicht mehr so gehalten. Ich dachte immer, dass die Verlusten als ein Verluster. Ich dachte immer, dass sie Zeit verdient. Sieh-Johann hat sich schon mal einen Ankerimon gesehen. Sieh-Johann hat sich immer wieder einen Geh-Johann gesehen. Sieh-Johann hat sich immer noch ein Verlusten. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Kurs. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich habe auch einen Ropp-Mann. Ich kann auch einen Ropp-Mann. Ich kann auch einen Ropp-Mann-Sum. Die Ropp-Mann schauern. Wenn ich ihn, würde ich dich verschwindeln. Oh, okay. Oh, Salat wollte ich nicht. Oh, Megacidramon, oh yeah. Oh, ich werde das, ich werde das nicht. Oh. Oh. Ich werde das nicht. Oh, ich werde das nicht. Oh, ich werde das nicht. Es ist gut. Naja, du bist ein Geheimdienst, ja. Ah! Diese... ...weil nicht! Oh, 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 oh. Was ist denn, du? Du sagst, du bist so ein Geheimdienst, oder? Du sagst, du bist so ein Geheimdienst! Du bist... Du bist so ein Geheimdienst! Man muss in der Lage sein, wenn ich mich nicht so fühle, ist das! Du bist nicht in der Lage sein! Wenn du ein Geheimdienst hast, du bist ... Ja, du bist in der Lage sein, du kannst du einen Geheimdienst haben! Ich bin... Du kannst das alle, die ich vermuten. Oh, geht das jetzt in den Kampf über? Ja, Tatsache. Wait. Was soll das denn? Ich krieg gerade Gänse auf, weil es mir für Lockmon mega leid tut. Was ist das? 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 Ich weiß nicht, aber ich fühle mich an. Ich fühle mich an. Ich kann mich nicht mehr und schrauben – ich muss mich alle mitbekommen! Hey, schau mal. Walken mei denomin! War die immer so klein? Oh, oh Ich weiß, was ich verletze. Ich will mich nur überrasen, aber wenn ich sterbe, dann ist es so schwer. Juss ist so schwer, ich weiß, wie ich alleine nicht so verletze. Ich weiß, ob ich nicht so verletze. Ich weiß, dass ich mich nicht so verletze. Ich weiß, was ich in der Tat um mich nicht so verletze. Ich weiß nicht, was ich euch nicht so verletze. Ich bin hier und der Mann, die zwei Schäuern haben. Der Mega Sidramon, das wird jetzt natürlich hart. Nehmen wir Falcomon Kailomon Und tatsächlich ihn Grollmon Würde ich sagen Ist noch mit der stärkste, glaube ich Weil Argumon stirbt, ist eine Niederlage Oh, okay Aber wenn ich ihn entwickle, ist er doch nicht mehr Argumon Haha Aha Oh, hier sind aber viele Gegner 2.317 tp Oh je Kommt nicht dran Kommt nicht dran Kommt er von da aus dran? Ich glaube schon, oder? Ja Ja, da machen wir das so Rinn Mit Argumon Damit er ein bisschen weiter gehen kann Ein Argumon wird immer noch der stärkste sein Ich hoffe, das wirkt jetzt doppelt Ich hoffe, das wirkt jetzt doppelt Sieht danach aus Sieht danach aus Oh, hinter uns ist auch noch einer Oh, hinter uns ist auch noch einer Ui Ich habe nicht gesehen, dass der so weit gehen kann Okay, gut Ich bin in einem Verteidigungsmodus Wir machen die Geisterheilung, glaube ich, erst kaputt Das ist die immerhin ein bisschen. Ja, kommt immer noch nicht dran. Ja, kommt, ist ein bisschen komplizierter der Kampf als die anderen. Oh oh. Maschinen und Fische. Setze auch im Moment in Bigimon Staffel 1 ein. Oh, das war schon. Warum habe ich mir so eine Mühe gegeben? Schuji? Schuji? Es ist kein... Es ist vídeo tief... Es ist ein ... Es ist ein ... Es ist ein ... Das ist die Ingenü помощью, die Bette, die Bette, die Bette haben! Das war alles für dich, weil du nicht verletzt! Das ist das ... Das ist es für dich! Das ist für dich, dass ich dir nicht mehr rassetze! Fingt das wieder von neu an? Oh, ich glaube, das ist tatsächlich... Okay, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Das erinnert mich echt an Skylgreymon. Dieses miese Gefühl kann nur eines bedeuten. Nichts Starkes oder Vertrauenswürdiges. Diese seelenlosen Augen, die Geräusche. Der Gerät außer Kontrolle. Ropemont hat sich so gemacht. Das ist危险! Ich weiß nicht, dass er noch keine Ahnung hat. Was für ein Level ist das? So großartig! Ein撃? Ist das Champion? Hatten wir nicht sogar eine Entwicklung, ein Digimon in unserer Liste, das zu diesem Digimon werden konnte? Das sah doch eh nicht aus. Das war doch ein Champion-Monster. Wieso ist der so stark? Was ist das? Dann gehen Sie mal! Wir müssen sie alle hier rücken! Darain die Beine! Es tut diesem Punkt, ganz gut! Was das? Dass du hierher bist! Ja, bleib! Ich bin mich! Ich bin mich! Ich bin mich! Ja, bleib! Ich bin mich! Bitte was? Was? Shuuji-san? Äh... Was? Ähm... Habe ich das jetzt richtig gesehen? Äh... Die Tatsache, dass das jetzt passiert ist, bewundert mich, weil es einfach Digimon ist. Also Digimon ist zwar immer ein Tinken Ernst, aber das ist ja... Hoppala! ... 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 Dimp... Paus... Ich befürchte, schlimm ist, dass ich Lopmon umsonst trainiert habe. Ja, das ist das, was wir jetzt tun können. Der Rest von uns ist in Gefahr, aber können wir wirklich kämpfen? Gegen Lopmon? Nein, keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir können uns nur noch selbst schützen. Warum steht er jetzt auf dieser Plattform? Okay, Falcomon. Warum kann ich Lopmon nicht auswählen? Und noch einen können wir nehmen. Ähm... Ja, dann nehmen wir Deltamon, würde ich sagen. Ah ne, hier, Saki, können wir auch noch ein bisschen trainieren. Auch wenn es nur mit Kacke werfen kann. Agumon wieder stirbt? Okay, wenn die Gumon besiegt. Da kann der weit gehen. Level Champion, warum ist er denn so stark? Der kann auch so schon mega weit gehen, einfach. Ich glaub... Ne, komm. Ich stelle mir nicht hin. Ja. Könnte gefährlich werden für Falcomon. Was sind da noch für Gegner? Kiwimon. Mh, lecker. Auch noch, ist ein Nachtisch für Wendigumon. Schöne, gesunde Kiwi noch. Ich bin der Tag, ne? Ich bin der Tag, ne? Es war klar, dass Agumon angegriffen wird. Ah, nur sechsen. Ja, heiss ich. Oh oh. Hihi, hihi. Mata, mata. Das ist lustig, weil er einfach alle heilt. Heulen der Zerstörer. Oh mein Gott, jetzt ist er auch noch verwirrt. Haben wir was dagegen? Das müsste es doch sein, oder? Okay, nice. Okay, entwickeln. Wir haben es alle auf Agumon abgesehen. Oh, Agumon müssen wir jetzt ein bisschen schützen. Weil wenn er stirbt, haben wir ein Problem. Ähm. So. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen weniger rede. Das ist einfach, weil ich krank bin. Deswegen werde ich auch nur eine Folge machen. Aber es ist auch gerade heftig, was hier passiert. Muss ich auch noch sagen. Das ist einfach, als ich sehr viele Jahre. Kampferaktiker. Auuuuhhhhhh Yare seee Okay, nice Ähm Stell mir sie mal hier hin und du kannst direkt mal heilen Das war viel, nice Dann wollen wir mal den armen Lopmon Jetzt bringen wir es zu Ende Die wissen schon, dass sie gerade Lopmon töten wollen, aber na gut Wer bin ich, um zu urteilen Der ist schon sehr groß Oh nice, das war sehr nice Okay Warum habe ich mich jetzt schon wieder so fertig gemacht Also Zu buffen, wenn das eh hier Geskriptet ist Wie ist das denn? Ich habe nichts gehört Ich habe nichts gehört Wir sind aufgeregt Wir sind aufgeregt Wir sind aufgeregt Oh Oh Warum ist das so? Und ich bin ein Mann Was ist das denn? Das sieht übel aus Wir werden erst den Verstampfer Wir werden erst den Verstampfer verlieren und dann sterren Wir müssen irgendwie das Blatt wenden Ein bisschen was von Attack on Titan, irgendwie. Ein bisschen was von Attack on Titan, irgendwie. Also, wenn ich jetzt nicht wieder so will, ich würde nicht sein, was ich nicht noch. Ich habe keine Ahnung, das ist das, was ich nicht. Ich habe das Gefühl, Shuuji, dass du so bist, dass ich so. Wenn du so bist... Ich würde nur noch nie sein, dann würde ich nur einen Riedern und einen Riedern zu haben. Ich habe mich nur für mich geschenkt... Ich habe immer so schwer, wie ich mich so fühle. Ich habe mich so schwer, dass ich mich so fühle. Tuckma, mach ich! Ich werde mich mit 2 Menschen救en. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich werde mich mit meinen Kraft. Oh, in wie geht sich Agumon jetzt? Oh, oh. oh ja finde ich sehr gut finde ich sehr gut nice entwicklung sehr nice den mochte ich auch in der serie genau jetzt müssen wir nur zermatschen dann erreichen wir ultimativ uiuiui MetalGreymon nice finde ich gut dass es die Richtung eingeschlagen hat bin mal gespannt was er noch hätte wären können kann man ja nachher mal nachgucken er will zum MetallGreymon und sie wird mit Kacke rum ich hoffe das geht bald wieder weg ich will wieder ordentlich aufnehmen können und auch Sport machen das kommt auch nur dazu mein Sport konnte ich schon nicht richtig hier deswegen machen und jetzt auch noch die Lunge ich bleib auch von nix befreit aber der reihe uns und greife ich ihn an er ist dann Ah, jetzt sieht man leider nicht Ist das da drunter nicht auch Metall-Greymon? Naja, egal Finde ich gut, um ehrlich zu sein Oh ja, jetzt ein Angriff von hinten Giga-Zerstörer Erhöht den Schaden durch Feuerangriff um zwei Ränge um Feuerwiderstand um einen Rang Geringe Wahrscheinlichkeit, dass Gegner dich einschlafen lassen Stärke nur 225? Das ist doch irgendwie wenig, oder? Boah, aber was ne Range Giga-Destroyer! Da haben wir Lockmann Mit der Kraft der Liebe Zurechtgewiesen Entschuldigung Erleuchtende Rune Oh, das heißt wir können noch ein Digimon Zu Ultimativ machen Das finde ich sehr, sehr nice Ich weiß gar nicht, ob wir das bei Angemon machen Ja, ich habe das gemacht Oder bei unseren anderen Drachen Digimon Rolmon oder wie er heißt Ja Ich habe das gemacht Ich habe das gemacht Ja, du hast sie von ihren Leiden befreit Ja Ja, bestimmt Ich habe das gemacht Aber haben wir das wirklich? Eigentlich haben wir ja nur Lockmann angegriffen Ja Ja das ist ein bisschen ein wasser lobe monos auch gegen die schweizung mit der mutter der nebel hat uns umzingelt kommt aber nicht mehr Warte, das ist es nicht. Schu-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju! Geht doch nicht. Es ist noch nicht los. Es kann mich nicht los. Die Verarbeitung hat sich hierzu. Ich bin lies... Das ist ein liebiges... Ich bin es liebiges... Ich bin so schön, was ich? Die Schmutzung ist sehr schön. Sieh! 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 Das war so. Sieh, was du sehr gut. Geh, was du? Ich bin noch nicht! Ich bin noch nicht! Ich bin noch nicht! Das ist gar nicht so, was ich? Ich glaube, Loppmann ist auch so schön, nicht wahr? Wenn man jemanden nicht verwendet hat, würde ich nicht so gut machen. Ich glaube, dass ihr das gemacht habt! Ich werde es nicht verletzen! Ich werde es nicht verletzen! Ich werde es nicht verletzen! Ich werde dir das hier sein. Geh! Es ist egal. Ich habe nicht verloren. Das ist wirklich wahr, oder? Ja, Aoi, Shuuji-san, Lopp-mon... Ah, das kann ich nicht! Na, was ist das? Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Lopp-mon... Shuuji-san? Ich werde... Ich werde... Ich werde... Das ist so... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Dennoch... Ich werde... Ii... Ich kann nicht sein... Blöken! Als ob haben wir... Also... Ich werde... ... nichts tun... Ich habe schon gesagt, dass ich keine Gelegenheit habe, aber ich habe gesagt, dass ich keine Gelegenheit habe. Wie ist denn das Gelegenheit? Shuuji... Aufhören Sie, Aoi. Wenn ich mich so verletzen würde, ist es gefährlich. Danke. Vielen Dank. Ich bin noch nie einer Meinung, aber Chouji wollte auf seine Art nur das Beste. Er hat immer nach dem sichersten Weg gesucht, damit uns nichts zustößt. Bei unseren Suchaktionen ist er immer vorangegangen und wollte uns führen. Auch mit seiner frustrierenden Art, mit uns zu reden, wollte er uns nur stärker machen. Auch wenn es jetzt so enden musste, das dürfen wir nie vergessen. Die Tatsache, dass Chouji uns geführt hat. 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 Der Sie hat sich gefragt, ob Sie nationsvollen sind, können Sie sicherlich fragen. Los, schnell! Alle, los! Takuma, Takuma, ist das okay? Takuma... Ich weiß ehrlich nicht, was ich darauf antworten soll. Was hätte ich sagen sollen? Was hab ich mir gedacht? Shoujis seltsames Verhalten, seine Ausbrüche und dann sein Tod. Lokmons abgedrehte Entwicklung und das Ziel des Feindes, das wir noch nicht kennen. Vor all diesen Problemen konnten wir einfach nur noch weglaufen. Um, um... Oh, okay. Okay. Oh, 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 okay.